Hallo, liebe Freunde. Wir sind wieder da. Es geht weiter. Wir brauchen heute einen Holzfußboden. Ruby, hallo. Hallo. So, wir legen los. So, Ruby, wir müssen dringend Bäume finden. Ich werde Monsterjagd. Los. Kommst du? So, ich habe noch eine Axt. Ja, ich habe eine Steinachs. Das reicht. Ich habe keine Axt. Du musst mir noch Essen geben. Oh. Ja, klar. Wärts schon gemacht. Ja? Ach, danke. Ich habe schon verstanden. Habe ich schon gemacht, aber hatte ich noch gar nichts erhalten. So. Ach, vielen Dank. So, das reicht erst mal. Sehr schön. So, können wir mal loslegen hier, Ruby, jo. Komm hinter mir her. Habe ich hier noch meinen Schlaf, jo? Jo. So, 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 liebe Freunde. Ich habe eine sächsische Unterhaltung. Oh Gott. Weißt du, wie klappt das? Oh, sei vorsichtig. Oh Gott. Sei bloß vorsichtig. Lass lieber an der anderen Seite runtergehen. Warte, hilf mir mal. Oh mein Gott. Ich will nicht, dass schon wieder einer von uns stirbt. Ich komme nicht hoch. Wo bist du denn? Hier. Dann bau dich hoch. Hast du was dabei? Ja, aber... So, liebe Freunde, jetzt müssen wir erstmal Bäume finden. Aber es ist ganz gut, dass wir hier direkt neben einem Wald gebaut haben. Ja. Ja. Ruby, ich gehe zum Wald, ja? Nein. Du lässt mich hier nicht alleine. Nicht in der Nacht. Ach, da oben bist du noch. Das wusste ich gar nicht. Mit. Alle kommen runter, ne? Ja. Wir sind aber auch überall Monster. Da hinten sind Bäume. Okay. Da hinten sind Bäume. Ich gebe auch die Skelette zu, dann müssen wir uns über die nicht mehr ärgern. Okay. Ich baue schon einen Baum ab. Ja, sehr gut. Aha, okay. Ja, also, liebe Freunde, ein Creeper. Ja, ja, ja. Oh, ja. Gunpowder, das gefällt mir. So. Oh, hallo, Spinne. Oh Gott. Hm? Ich kämpfe mit einem Lock in der Hand gegen ein Zombie. Wo bist du denn da? Da hinten. Ich komme mit einem Loch in der Hand? Mit einem Lock in deiner Hand. Ach so. Oh Gott, der hat mich fast getötet. Oh Gott, da hinten kommt doch einer. Ich gehe drauf. Haha. Ich habe das bessere Schwert. Warte. Oh, du hast mich schon wieder... Hast du mich gehauen? Nein. Er hat eine Karotte verloren. Eine Karotte? Ja, guck mal nach. Sehr gut, die habe ich. Ja, sehr... Oh, mein Schwert brauche ich dann doch noch. Du hast mein Schwert eingesammelt. Was? Ach so, hier. Danke. Du hast es... Ach nee, ich habe es. Ja, eine Karotte, das ist sehr schön. Die habe ich jetzt... In der Spinne. Eine Karotte, das ist sehr, sehr gut. Die können wir nämlich dann gleich anpflanzen. Was, hier ist ein Skelett. Das hat uns gesehen. Ja, dann gehen wir mal drauf. Ja, genau, sehr gut. Okay. Ich will die Erfahrungspunkte. Also geh hier in die Spinne dort hinten. Lass mal lieber... Lass mal lieber... Oh Gott, heiße! Lass mal lieber... 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 Lass mal lieber gleich nach oben gehen. Und ein Bett bauen, weil dann können wir einfach mal die Nacht durchschlafen. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Zeit Monster zu jagen. Okay. Da ist eine Spinne. Das ist, glaube ich, besser. Weil dann können wir uns mal auf unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren. Über dir ist ein Skelett. Ja, ich sehe schon. Danke. Das ist sehr gut, dass du das sagst. So, was habe ich eingesammelt? Ich möchte das noch mal sterben, sonst werde ich mich nicht überschlagen. Oh, da ist ein Skelett. Das mache ich mit dem Bogen nieder. Guck mal. Oh Gott, hier ist eins in unserem Haus. Ja. Mein Skelett ist in unserem Haus. Boah, unser Haus ist ja noch nicht zu. Also deswegen... Noch einen Bogen. Hey, darf ich diesen Bogen haben? Gib mir mal, gib mir mal, gib mir. Gib mir den Bogen. Gib mir den Bogen. Warte mal, ich crafte die mal kurz für dich zusammen. Nein, werf... Werf mir den Bogen. Werf mir den Bogen. Ich crafte dir mal kurz die Bögen zusammen, dann ist das besser. Wieso? Ich will doch nur diesen einen letzten Mal einen Bogen haben. Den kriegst du ja. Weil ich wollte nur kurz den zusammen craften, damit du einen besseren Bogen hast. Aber du hast doch gar keinen Bogen mehr, oder? Hier ist ein Bogen. Aber ich habe keine Pfeile. Ach so, Moment. Ja, hier sind doch mal Pfeile. Vielleicht Pfeile. So, wird das jetzt schon mal hell oder so? Zwei Pfeile. So, also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie man ein Bett baut. Hey, mein Bogen ist ja fast kaputt. Ja, deswegen habe ich dir zwei richtig kaputte Bögen zusammengecraftet, damit es da wenigstens ein bisschen weniger kaputt ist. So, wie macht man nochmal ein Bett? Ich weiß es nicht mehr. Ah, nee, ich habe gar kein Holz. So richtig. Also, Rubi, bleib mal kurz hier oben. Bitte. Weil ich gehe da mal kurz runter und hole ein bisschen Holz. Ich brauche es unbedingt. Ne? Rubi? Ja? Ich gehe mal kurz runter und hole Holz, weil das brauche ich kurz für ein Bett, ja? Okay. Und ich habe einen Power-1-Bogen. Ach, sehr schön. Oh Gott, eine Spinne kommt plötzlich hier von der Side of Life, Digga. Gereckt, Digga. Alles klar, Rubi, Digga? Ja. Das ist Crust, Digga. Ich brauche diese schöne Axt aus den Ender Games, die einfach an den ganzen Baum abwreckt. Das wäre jetzt sehr schön. Das fände ich sehr schön. Ich werde unser Haus mal ausleuchten. Ja, das kannst du machen. Hast du Fackeln? Ja, klar. Dann fackel nicht lange und setz eine Fackel. Aha. Huhu, huhu, huhu. So. Nehme ich gleich mal ein bisschen mehr Holz mit. Du bist ja sicher da oben, oder? Wenn ich nicht runterfalle, dann ja. Hier sind aber auch wirklich überall hier gerade. Sind schon wieder überall. Oh, jetzt werde ich gerade angerufen. Oh, du musst mal kurz alleine weiterspielen. Obwohl, nee, ich muss weglaufen. Wörter, ich muss kurz mal an Minecraft weglaufen. Ich komme gleich wieder zu dir zurück. Komm mal. So, und wir machen dich einfach mal auf Lautsprecher. Hallo, Lotta? Ja, ich... Aber auf Lautsprecher, du bist jetzt in unserer Aufnahme mit drin. Hallo. Damit hatte ich schon gerechnet. Okay, gut. Das ist sehr gut. Ja, klar. Ne, ist mir völlig gleich. Also, das kann ich alles machen. Das kann ich alles einrichten. So. Ja. Okay, ich soll dann gleich kommen, ne? Ich gehe jetzt gleich. Wann denn? So, dass wir auf 19.30 Uhr dann beim Video sind. Äh, okay. Ja, dann war ich Bescheid. Okay, danke schön. Bitte. Tschüss, Rubi. Tschüss, Lusi. Das war Lotta. Sie hat unsere Aufnahme am Telefon gecrasht. Natürlich. Ja, Rubi? Ja, was? Es war doch klar, dass Lotta sowas nochmal bringt. Ja. So. Irgendwie ja. Ähm, ja. Also, was wollte ich gerade tun? Ich wollte... Ja, ich habe einen Holzfußboden. Jetzt habe ich ja auch genug Holz. Also... Ach nee, Betten wollte ich erst machen. Genau. Ja, ich werde schon einen Platz für unsere Betten suchen. Weil alles auf eine Ebene bringen. So. Einmal so und einmal so. Dann haben wir ein Bett. Rubi, hier ist ein Bett. Das kannst du einsammeln, bitte. Ja. Liegt an der Crafting Bench. Okay, dann... Na gut, dann mache ich jetzt gleich noch eins. Ich will jetzt mal gut so weiterkommen. Hier. So. Also hier, guck mal. Ein Bett für dich. Äh, falsch. So, hier. Da. Hallo. Ein Bett für dich. Ein Bett für mich. Ein Bett für Mama. Ein Bett für Papa. Ein Bett für Oma. Und wenn du dann noch deinen Teller aufisst, dann wird morgen die Sonne scheinen. Ne, Rubi? Ja. So. Ähm, ja. Hast du das Bett aufgestellt? Mach das mal. Weil... Ich glaube, du musst da... Ach ja, es steht. Sehr gut. Weil dann... Das spawnen wir jetzt nämlich immer hier, wenn wir... Hier, da ist dein Bett. Hier sollen dein Bett hin. Okay, und jetzt mache ich mal einen Holzfußboden, ne? Okay. Oh, da ist eins. Ja. Ach, Mann. Ich wollte, dass du neben mir mal dein Bett ausgelt. Deswegen haben wir extra zwei Fackeln in den Bett. Und eine ab. So. Darfst du nicht mal neben mir schlafen. Ey. So, 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 so. Ich ziehe jetzt hier einen Holzfußboden ein, Rubi. Am besten du gehst hoch, weil... Gleich kommst du nämlich nicht mehr so einfach hoch. Dann muss ich erstmal einen Weg bauen. Ähm, ich glaube hier unten. Ich muss jetzt sowieso halt was machen. Okay. Hilfe, jetzt habe ich es hier versaut. So, 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 so. Und das hier, und das kann ich erstmal für die Gäste aufs Tisch. Für das erste habe ich überall Wasser. Sneaken? Oh, ey. In letzter Zeit habe ich immer vergessen zu sneaken. Da bin ich runtergefallen einfach. Jetzt habe ich es hier wieder vers... Oh, Alter, was ist denn los mit mir? Hey, du hast... Das sollte doch ein Wasserbereich werden. Der kommt, der kommt noch, der kommt noch. Aber wenn man taucht, dann... Aber guck mal, wir brauchen nämlich noch... Wir brauchen noch ein bisschen Space hier in unserem... Haus. Welcome to... Empty Crips. Was? Wir brauchen noch Platz, ne? Den sollte im Wasserbereich werden, hier unten. Ja, den... In diesem Loch. In diesem Loch sollte irgendwie ein Wasserbereich sein. Ja, dann lass uns doch da einen Wasserbereich machen. Dann machen wir einfach eine Verbindung mit so einem Gang zu dem Wasserbereich vom Haus. Ist das okay? Warte, ich werde etwas machen. Okay. Und zwar, ich werde... Oh Gott. Lass das doch lieber so machen. Weil sonst haben wir so ein schmales Haus. Und das ist ja auch nicht so cool. Ich will doch unten weiter bauen. Schon wieder runtergefallen. Ja, ja. Ich glaube, hier werden viele Monster immer sein. Deswegen werde ich hier überall mal ein Fockeling setzen. Okay. Und jetzt reinrollen. So. Das müsste reichen, um alles auszuleuchten. So, so, sneaken und ab geht's. Oh mein Gott. Werden wir zu unserem Haus bauen, ne? Ich werde dann... Das heißt, wo ist dein Name? Ich seh dich nicht, ne? Ich bin über dir, ich bin über dir. Okay. Du musst mal zu unserem Haus gehen. Jetzt mach ich hier schon wieder alles falsch. Äh, ich, ähm... Ich bin noch in unserem Haus drin. Nein. Doch. Ja. Ich baue hier gerade in unserem Fußboden. Ich brauche mal eine Schaufel, dann kann ich Schnee schaufeln. Das ist sehr gut. Das mache ich auch gerne. Das mache ich im Winter auch sehr gerne. Ist wirklich... Also Schnee schaufeln ist schon krass, weil das heißt nämlich, dass Schnee liegt. Und das ist super. Aber Sommer ist besser. Nur so als Info nebenbei, falls es irgendwen interessiert. Äh, ja, das ist sehr gut. Gubbel, ich habe Schneewelle. Wirklich? Ja. Wir können Schneewelle werfen. Das ist schön. Und auch toll. Wie machst du das? Hä? Wie machst du das? Indem ich mit einer Schaufel Schnee abbaue. Ich kriege gerade Erfahrung. Es schwebt schon wieder ein Bett in der Luft. Es schwebt ein Bett in der Luft. Es ist nicht gut. Ich habe das schon mal gemacht und damit bin ich unter Coffee Stone gestorben. Ha, okay. So, jetzt habe ich aber... Ich habe wieder Holz drunter gebaut. Alles okay. So, liebe Freunde, da gehen wir doch nochmal nach unten und hauen einfach Fichten um. So sollte man das natürlich nicht machen, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Irgendwie. Aus irgendeinem Grund. So. So, ich brauche Fichten und Holz. Lalalalalala. Lalalalalala. Können aber auch zwei verschiedene Holzarten nehmen, aber das sieht ein bisschen scheiße aus. Deswegen mache ich das jetzt aber nicht. Nooo, ich glaube noch. No, no, no. So. Das wird schön was. So, ich wollte hier etwas aus. Joa. So, die schöne Holz-Axt. Äh, Quatsch. Stein-Axt. Pobi, du baust... Äh, was baust du gerade? Ach, ich baue gerade hier unten. Oh, du hast gerade vollgeschrittenes Handwerk. Ah, okay, ja. Aber wenn man diese Lahnwelt macht, dann zieht man sowieso die ganzen Errungenschaften immer wieder neu. Irgendwie. Warum macht er immer? Weil die Welt immer neu generiert oder so. Wo ich jetzt schon wieder eine Steinspitzhacke habe, frage ich mich ehrlich gesagt. Wahrscheinlich noch gar nicht weggeschmissen. So, dann wollen wir mal quick wieder rauf hier. Schön auf den Berg steigen mal eben. Ja, dass wir dann im Endeffekt doch noch nach Nepal ziehen. Ist schön eigentlich. So. Müssen wir allerdings vielleicht gucken, ob irgendein Hexenhäuschen in der Nähe ist. Weil wir wollen ja nicht wieder runtergeworfen werden. Ich bin ziemlich gut dabei hier unten. Das ist sehr schön. Oh ja, 64. Das ist sehr schön, Rubi. Ich gucke mir das dann gleich mal an. Am Ende der Folge. Wie kann man eine Kiste machen? Äh, einmal rund Holz. In einer Crafting Bench. Hast du es gemacht? Ja. Ah, gut. Ich werde jetzt ein kleines Lager aufschlagen. Okay. Das ist unsere Kiste, wenn die andere Kiste dort oben voll ist. Okay, gut. Das ist gut. Wir werden mal etwas da reinpacken. Uah, uah, ich springe. So. So, 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 so. Unsere Kisten sind hier noch etwas weiter da oben. Schneewelle. Ich komme jetzt runter und werfe dich mit dem Schneewelle ab. Nein. Nein. Rubi, du hättest jetzt hoch sagen müssen. Nein. Ich habe mich zugebauscht. Oh, hilf mir doch mal. Nein. Du musst doch sagen. Nein. Doch. So, kommst du mal nach unten. So, meine Facecam hat vibriert. Kommst du mal nach unten? Ja, ich komme nach unten und gucke es mir an, weil die Folge ist jetzt auch gleich zu Ende. Dann werden wir hier neben einer Leine bin. Ja, gut. Ich komme mal runter. Ich muss nur gucken, wie, weil sonst kriege ich ein Falschhahn. Ja, ich muss hier noch einen besseren Weg einbauen. Das ist ja alles sehr super optimal noch hier. Habe ich gerade sumpfoptimal gemacht? Also, was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Ich komme, Rubi. Ich komme. Ich bin gleich da. So. Ach, hier. Okay. Was baust du denn hier genau eigentlich? Das hast du zugebaut direkt vor mir. Was soll das denn? So rein. Hallo. Ach so. Was machst du denn hier genau? Also, ich mache jetzt ein kleines Lager, damit, falls die Kiste voll ist, dass wir hier die Kisten abladen können. Und falls wir gerade nicht nach oben können, weil, falls ich zum Beispiel gerade nicht nach oben kann und woanders bist, weil da eine Hexe ist, dann kann ich nachher unten, dann kann ich hier meine Sachen abladen. Das heißt, du machst eigentlich einen Lagerungskeller. Ja. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Äh. Äh. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe gelernt, wie man teilen kann. Ja, genau. Das ist gut. Das ist gut gemacht. Also, Rubi. Ich glaube, wir müssen die Folge beenden. Okay. Ich gucke mal, wie ich das mache. So, so, so. Oh, ja. Wir stehen hier doch sehr nah. Hey. Aber ja, sehr gut. Guck mal, guck mal, guck mal. Bleib einfach mal so stehen. Warte ich zu. Sehr schön. So. Also, das Schwert muss ich auch in die Hand nehmen. So, liebe Freunde. Geschwister Kraft hat einen Holzfußboden angefangen. Und ist mal nicht gestorben. Äh, ja. Ich verabschiede mich. Sage Tschau mit Wow. Rubi, was sagst du? Adieu. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020